Die Frage ist, wer hat uns da weggezogen? Okay, der ist immer noch voll drauf. Der ist immer noch auf Droge, der gute Michael. Wer hat uns da weggezogen und ausgezogen? Sorry, sorry. Warum kann der denn nicht schneller fahren? Sag mal, ich drück hier die ganze Zeit wie kloppt ein X, aber jetzt fährt er schneller. Wie zer, Trixia? Hallo! Ich bin zurück! Ich bin mit Fabian. Er ist ein Freund, und dann hat Jimmy gesagt, du hast ihn in deinem Auto genommen. Wir haben entschieden, nach einem Zeitpunkt zu gehen. Du hast mich geändert, und du hast nicht geändert. Ich weiß, du sagst, wie ich in einem Film bin. Ich glaube, ich werde mit einem Verlager sprechen. Ich bin einfach sehr verletzt. Bitte, nicht zu uns zu beantworten, und versuch, nicht zu uns zu beantworten. Amanda. Sei doch froh, dass du die Alte los willst. Endlich ist sie weg. Okay. Trevor... Okay. Wechseln wir mal zu Trevor. ... ... ... ... Ich glaube, eine Dusche... ... Ganz gut vertragen, oder, Trevor? Alles klar, machen wir mit ihm die nächste Mission. Wo müssen wir hin? Dorthin. Alles klar. Trevor, der verrückte... Das verrückte Arschloch hier, ey. Der Typ ist so durch. Ach so, er hat uns eine Nachricht geschickt. Auf jeden Fall war das deine Schuld, Mann. Pass doch mal ein bisschen besser auf hier. Kann da mal nicht angehen. Haben wir mit ihm jetzt eigentlich auch unsere Kohle? 169.000. Ah ne, der war ja gar nicht beteiligt, stimmt der. Der war ja noch gar nicht beteiligt. Aber ich brauche sowieso nicht die Kohle. Denn, ähm, auch wenn viele anscheinend nicht zuhören, und so weiter, oder auch, äh, für die Leute, die irgendwie erwarten, dass ich jetzt hier noch so eine Nebenmission oder so mache, das mache ich hier in diesem Durchgang absolut nicht. Wie gesagt, es geht so oder so schon lange genug, das Let's Play. Wer da Bock hat auf, äh, bisschen Actionmacherei und Nebenmissionen und so weiter, weil die ja ziemlich geil sind hier, der kann ja gerne mal ins erste Let's Play reinschauen. Aber eine GTA komplett mit Nebenmissionen und alles drum und dran zweimal zocken, wow. Das ist, da kommst du ja unter 100 Stunden nicht raus. Das geht nicht. Also hier wird nur die Story gezockt. Und, ähm, ja, zu diesem Ego-Perspektive-Ding kann ich gerne noch ein fünftes Mal erwähnen für die Leute, die nicht zuhören. Ich zocke nicht jederzeit in der Ego-Perspektive, weil ich da keinen Bock drauf habe, okay? Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. So, jetzt nehmen wir mal den Anruf an. Okay. Was soll der Scheiß? Erst wenn wir hierher kommen und dann... Na gut, es ist egal. Oh, was denn jetzt los? Warum soll ich denn wechseln jetzt? Ja, warum dauert das so lange hier? Nicht, weil du in guter Formen bist. Hey, warum nicht du durch die Krunches und fühlst dich schlecht über dich? Okay, Porkchop? Hey, fuck you. Ich glaube, ich beginne zu denken, das ist genau das, was du willst. Ja. Jesus. Ich habe gerade gesagt, das gleiche was mit meiner Frau. Ich habe ihn gesehen, das letzte Mal, wenn ich ihn verletzt habe. Boom! Oh, meine Damen! Gott, du scheiße. Du, du da hinten. Ich weiß, du. Aber du? Du, ich weiß nicht. Ja, bis ich so sehen, dass ich das andere nicht gesehen habe, warum wir es einfach so machen? Steve? Was ein Prager, Mann. Oh! Oh! Er hat mich an einen von diesen Mann, die man sieht, die Menschen für die Kinder in der Mitte, die nicht erhebten. Hey, Devin Weston? Er ist ein sehr guter Freund von meinem, also, warum nicht du dich schaust? Weil ich dir etwas, das Mann hat mehr von der... von der... von der... von der... Ich habe das gar nicht vergessen. Du, wo wir uns treffen? Ich weiß nicht, Freund. Ja, wir haben. Hey, oh, was sind wir hier? Das. Bitte, diese Leckluster weg von mir. Nein, nein, Ferdinand, er ist weg. Er ist weg. Es ist okay, ich habe ein paar neue Freunde hier. Das ist Michael. Und das? Das ist Trevor. Jetzt, unser Freund hier, er sagt, dass er nichts weiß. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Ich weiß nicht, ich weiß nichts. Bitte, bitte. Ihr wisst über die Azerwajanis. Azerwajanis. Ich mache Audiovisual, High-Five Audiovisual. Das ist Topman, ein guter Preis. VIP. Du bist ein verdammt Spie. Und die A-Swipe in der Agenheit wissen das. Also, ich muss wissen. Was hast du ihnen gesagt? Und was hast du dir gesagt? Was hast du ihnen gesagt? Was hast du dir gesagt? Was hast du dir gesagt? Was hast du dir gesagt? Was hast du gesagt? Das Haus in Rockford-Hills. Der Mann, der das ist. Er arbeitet in der Konsulat. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Was hast du gesagt? Nein, 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 nein. Sie zwei fahren nach Rockford-Hills. Und wenn wir wissen, welcher Mann ist der Mann mit dem Problem, du ihn aufbauen. Denn ich bin zufrieden, von diesen fucking nitwits in der Agenheit zu nehmen. Da geht's. All right. Was ist das alles? Ich glaube, es ist ein guter Moment, buddy. Ich glaube, es ist ein guter Moment. Ich glaube, es ist ein guter Moment. Du gehst nach Arbeit, und ich bin nicht hier. Oh, shit, Mann. Aber es gibt nichts, wir können damit machen. Wenn etwas ihm passiert, jetzt gleich, ich würde gleich unter einem Mikroskop. Ein Mikroskop elektronischer von Bureaucratik. Und das würde es sehr schwierig zu halten, die alten Secrets zu halten. Oh, well. Boo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo-hoo. Du weißt, wer anderen hat Probleme mit den Secrets zu halten, Mann? Ich. Nachdem du Trevor in auf das. Ich habe ihn nur nachdem du ausgesucht. Ich habe ihn ausgesucht. Ich habe ihn wieder aufgesucht. Der Los- 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 Los-Santos- Reboot. Wenn wir nicht kontrollieren die Situation, und er hat diese Verbindung, dann gut. Dann Trevor dreht mich, schützt mich, schützt meine Familie, oder sie als eigene. Ich weiß nicht, welcher ist. Anyway, das kann passieren auf jeden Fall. Slow down. Wir denken das mal. Was weiß er? Er weiß, ich bin ein Lieber. Er weiß, ich habe Geld. Und jetzt weiß ich, ich arbeite mit dem FIB. Er weiß, wie lange du bist mit dem FIB? Wie lange? Wie ist das? Entweder du warst mit uns vor dem Cash Depot zu arbeiten. Du warst dein crew in einem ambush. Einer hat zehn Jahre auf den Weg, und der andere in einem federalal penitentium. Oder wir stummelt auf dem Cash Depot job. Brad ging runter, Trevor wurde weg. Trevor wurde weg. The FIB cut you a deal on your sickbed, faked your death, und du end up hier. Wer sagt, welches ist das wahr? Dass es keine Frage ist, für dich zu sein. Back dort? Trevor hat dich sofort gemacht. nachdem er dich Du erinnerst, nach dem Buss, ich war in den ganzen Büchern. Ich war auf der Evening News. Der Mann, der zerstörte Michael Towner. Ja, ich war ziemlich ein Trophäe. Ein guter zu halten. Nachdem, sicher. nicht jetzt. Das ist Scheiße. Das ist Scheiße. Davey. Sie haben die blöchsten die blöchsten hier. Scheiße. Sie sind verrückt. Ich rufe Steve. Schade. Der Mann ist unser Mann. Okay, okay, okay. You sure you don't silence him, just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Hey, you want a coffee? Some water? Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Where do we start, eh, buddy? Wait. What are you talking about, the wrong guy? No. Who do you want? Just tell me what you want. Ah, man? Ah, please. Look at me. Please. Come on. Do your patriotic duty. Not the wrench. Be gentle. No, no! I hope you're not a skier! Mr. Phillips, ask him about Tahir Javan. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash, right into the western highway. Ah! That wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash, the western highway. Chumash, you're driving. Remember, terror does not take coffee breaks. What a dick. Ha, 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 ha.